Vergib den Pastoren, weil so viele von ihnen Gott nicht kennen. Für mich war es ein schockierender Moment, als mir klar wurde, dass fast alle Pastoren nur vorgaben, Gott zu kennen, aber ihr Verhalten offenbart, dass sie Gott nicht kennen. Paulus sagt in Titus 1,16, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Und wenn man weiß, wie die pastorale Ausbildung verläuft, dass es dort um Gotteslästerung und Todeswissen geht und nicht um Heiligung und Charakterbildung, dann darf man nichts Göttliches von Pastoren erwarten und muss vielmehr ernüchtert werden und alle Obrigkeitsgläubigkeit gegenüber den Theologen ablegen. Indem sie das Studium der historisch-kritischen Methode durchlaufen haben, haben sie die Unterordnung unter eine Lehre der Lügen bewiesen und haben sich disqualifiziert, um von Gott weiter nutzbar zu sein, es sei denn, sie kehren durch Buße um von der Gotteslästerung und erkennen ihr Studium als das, was es ist. Reinste Gotteslästerung. Viele Christen leben in bewusster Sünde und sie halten sogar ein Leben in bewusster Sünde für normal. Sie leben in einer Kirche und niemand um sie herum konfrontiert sie, dass Sünde Rebellion gegen Gott ist. Der junge Christ passt sich den Christen um ihn herum an und wird ein Schaf der Herde. Viele Christen bekommen durch Sünde ein schlechtes Gewissen und laufen dann im Jojo-Effekt mal von der Sünde weg zu Gott und mal vor Gott weg zur Sünde. Warum leben sie nicht frei, weil niemand ihnen sagt, dass es Freiheit von bewusster Sünde gibt? Wenn sie das erleben, dann erkennen sie den Betrug in den Kirchen und Freikirchen. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis, wenn Gott einem begegnet, ist, dass es viel Religiosität in den Kirchen gibt, aber wenig Erkenntnis und noch weniger Heiligkeit. Und natürlich zeigt man mit dem Finger nicht nur auf andere, sondern fragt sich, wie man selbst Jahrzehnte glauben konnte, dass man Gott kennt, obwohl man ihn nicht kannte. Warum hat man denjenigen zugehört, die Gott nicht kennen? Warum hat man einfach geglaubt, dass die Pastoren Gott kennen? Warum hat man nicht selbst in der Bibel gelesen und nach Gott geforscht? Man macht sich Vorwürfe, warum man so lange in Blindheit gelebt hat, so viel Sünde sich Gott und anderen hinzugefügt hat. Und man fragt sich, wieso jemand, der dafür bezahlt wird, Gott zu kennen und Gott zu dienen, Gott nicht kennt. Die Bibel berichtet davon, dass es auch zu Zeiten Jesu so war, dass die, die Vorgaben Gott zu kennen, Gott gar nicht kannten. Und wer das pastorale Ausbildungssystem durchschaut hat, weiß, dass Satan nur seine Diener zum Dienst zulässt. Das Studium tötet Gehorsam. Natürlich sind es vor allem die Pastoren, die eigentlich Menschen zu Gott führen sollten und sie in Wirklichkeit in die Religion und damit zu Satan bringen und damit eine große Schuld tragen. Und natürlich war und ist es naiv, wenn Gläubige den Pastoren aufgrund deren Ausbildung einen Platz der Autorität in ihrem Leben geben. Und natürlich hätten wir selbst alles am Wort prüfen sollen. Allerdings ist die Verführung heute so perfekt, dass Satan den jungen Menschen schon von Anfang an die Sünde und die Welt so schmackhaft macht und die Kirchen viel zu wenig zeigen, wie böse die Welt ist und wie anders Gottes Wille ist. So glauben die Christen, sie könnten mit einem Bein bei Gott sein und mit dem anderen in der Welt. Und das ist eine Lüge. Wer mit einem Bein in der Welt ist, der ist mit dem anderen Bein nicht bei Gott. Wir müssen den Pastoren vergeben, weil sie Gott nicht kennen. Wir müssen den Mitchristen vergeben. Denn weil sie Gott nicht kennen, konnten sie uns kein besseres Zeugnis geben. Wir müssen auch uns vergeben, dass wir Gott nicht kannten. Aber jetzt sollen wir die Wahrheit reden, dass Jesus Heiligung, Nachfolge und Gehorsam verlangt. Heute weiß ich, dass wen Jesus freigemacht hat, dass der nicht schweigen kann, von der Freiheit zu reden. Und es geht um weit mehr als Vergebung. Es geht um das Überwinden von bewusster Sünde. Und wer noch in der Sünde steckt, der predigt einen lieben Gott. Das soll den Sünder in seiner Sünde trösten, tut es aber nicht. Auch hilft es niemanden, weil es niemanden freisetzt. Ich habe viele Ehen zerbrechen sehen, weil den Christen ein falsches Evangelium gepredigt wurde. Ich habe viele Pastoren gesehen, die lieber ein Zuckerevangelium gepredigt haben, weil sie niemanden konfrontieren wollten. Sie kannten Gott nicht und erkannten nicht die Bedeutung von der Furcht des Herrn und Heiligung und deshalb zerbrachen zig Ehen. Viele Kinder wurden Scheidungskinder mit allen Folgen von Krankheit bis Selbstmord. Ich kenne viele Menschen in den Kirchen, die tief in Pornografie und Weltliebe feststecken, die die Bibel nicht als Zentrum haben, sondern den Fernseher, die vor allem Teil der Welt sein wollen und nicht vor allem Teil von Gottes Dienern. Sie hören von den Pastoren unterhaltsam mit Predigten über Gott, was aber nicht dazu führt, dass sie Gott erkennen und kennenlernen. Viele Pastoren sind nicht Diener Gottes, sondern dienen einer Organisation oder sich selbst. Die meisten Verletzungen, die wir aus den Kirchen und Gemeinden haben, kommt daher, dass die Pastoren und Ältesten Gott gar nicht kennen, weil ihr Charakter nicht von Gott transformiert wurde, weil sie nicht in der Erkenntnis und Demut Gottes handeln, sondern selbstverliebt und religiös sind. All das unheilige Verhalten für geistlichen Missbrauch gibt es nur eine Erklärung. Die Verantwortlichen kennen Gott nicht und erlauben sich als Verletzte weiter, andere zu verletzen. So bleiben nicht wenige Pastoren in den Sünden und alle Unreinheit, die von den Pastoren ausgeht, überträgt sich automatisch auf die Gemeinde, weil ein unreiner Pastor keine Reinheit weitergeben kann. Wir können nur darin andere befreien, wo wir selbst von Gott Befreiung erfahren haben. So hinterlassen unreine Pastoren eine Spur des Fluches in vielen Kirchen und Freikirchen, weil ihre Unreinheit in all ihrem Tun nach außen drängt. Das Evangelium des lieben Gottes ist nicht ohne Grund so beliebt bei den Pastoren, weil sie Worte der Heiligung nicht hinausbringen können, ohne von den eigenen Worten überführt zu werden. So überlässt der Pastor die Menschen sich selbst. Die Menschen denken, sie kennen Gott, haben aber nicht die Furcht des Herrn und damit nicht die Kraft zum heiligen Wandel und müssen aus eigener Kraft versagen. So produzieren Gemeinden religiöse Versager. Aber anstatt zu analysieren, warum die Menschen in den Gemeinden versagen, nämlich weil sie nicht in Jüngerschaft und Heiligung angeleitet werden, weil sie nicht in der Furcht des Herrn leben, geht man den leichten Weg und setzt einfach die biblischen Standards herunter und erlaubt Sünde und Weltliebe, weil man damit niemanden konfrontiert. Die Pastoren nicht und die Christen auch nicht. So zieht durch ein falsches Evangelium in den Kirchen viel Leid in den Familien ein, durch Unreinheit, Sucht, Heuchelei, durch fehlende Heiligung, durch Unkenntnis des Wortes, durch fehlende Jüngerschaft, durch falsche Lehre. Sünde wird an allen Enden die Türe geöffnet. Dabei ist Gemeinde Gottes ganz anders gewollt. Wir sollen in Gottes Ordnung leben. Wir sollen in Übereinstimmung mit ihm leben. Zu seiner Ehre in Dankbarkeit. Die Ökumene verstärkt diesen Trend noch, weil du eigentlich hingehen kannst, wo du willst. Der liebe Gott wird überall gepredigt. Und jeder, der predigt, dass Gott heilig und gerecht ist, wird schief angeschaut. Der niedrigste geistliche Standard ist heute der beliebteste. Bloß keine Überführung von Sünde. Willkommen im Happy Clappy Disneyland. Diese Lüge vom lieben Gott ist Satans Lüge Nummer 1. Denn warum sollte man denn noch überwinden müssen bei einem lieben Gott? Wir dürfen nicht dabei stehen bleiben, dass wir den Pastoren vergeben. Wir müssen raus aus dem religiösen System, die bereits in der pastoralen Ausbildung Gotteslästerung betreiben. Wir müssen raus und in die Eigenverantwortung selbst im Wort lesen, selbst Jesus nachfolgen, selbst gehorsam werden. Ein System, das die Menschen nicht heiligt, was die Menschen nicht die Wahrheit lehrt, müssen und sollen wir verlassen. Deine Heiligung hängt mit den Menschen zusammen, mit denen du dich umgibst. Deshalb suche die guten Vorbilder. Laufe weg von jeder Lauheit. Jüngerschaft und Gemeinschaft ist sehr gut. Aber wichtiger als alles ist, dass die Vorbilder Jesu mehr lieben, als ihr eigenes Leben. Predige nicht nur Vergebung. Vergebung startet mit der Vergebung und endet mit der Überwindung. Das ist Gottes Wille für uns. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!